Wer als Historiker die Entwicklung des Geistes beschreibt, interessiert sich nicht nur für das, was einst gedacht, geschrieben oder gestaltet wurde. Er fragt auch nach den Voraussetzungen und Zusammenhängen, in denen dies geschah und nach den Folgen, die es bewirkte. Welche Fragen die ersten Philosophen Europas umgetrieben haben, ist deshalb in dieser Vorlesung nur ein Teil der Geschichte. In ihr geht es auch darum, wie es zu diesem ersten Kapitel in der Geschichte der europäischen Philosophie gekommen ist, welche Voraussetzungen dafür nötig waren und in welche historischen Kontexte die frühen Denker gehören. Sie erfanden die Philosophie als historisch völlig neue Weise des menschlichen Nachdenkens über sich selbst und über die Welt, die ihn umgibt. In den von ihnen gezeichneten Koordinaten bewegen wir uns bis heute. Aus welchem Nährboden also ist die Philosophie erwachsen? Erstens also zu den Voraussetzungen. Ich werde diese Voraussetzungen in drei Schritten umreißen und zunächst das historische Umfeld skizzieren, dann die Veränderung von Weltbild und Weltkenntnis und schließlich die Position, die die Denker in der griechischen Poliswelt einnahmen. Die frühgriechische Philosophie entstand in Ionien, das heißt an der Ägäisküste Kleinasiens. In dichter Folge reihten sich dort Griechengemeinden aneinander. Wir befinden uns in der archaischen Epoche im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus. In dieser Zeit erlebten die meisten Griechenstädte einen tiefgreifenden Wandel, denn in ihrem Zusammenleben stellten sich völlig neue Probleme. Eine Reihe von Faktoren wirkten gegenseitig aufeinander ein, verstärkten sich dadurch und hielten einen dynamischen Veränderungsprozess in Gang. Die Bevölkerungsvermehrung und die Gründung neuer Siedlungen weit ab vom Mutterland, die Entstehung von Städten und ein wirtschaftlicher Aufschwung, eine Umwandlung des Militärwesens, das Ausbrechen von Adelskämpfen und sozialer Verelendung und der kulturelle Einfluss aus dem inneren Kleinen Asiens, dem vorderen Orient und Ägyptens, All dies führte zu neuartigen Herausforderungen und Problemen, die die griechischen Gemeinden zu einem intellektuellen und politischen Aufbruch zwangen. Die Griechen in Ionien spielten dabei in mancher Hinsicht eine Vorreiterrolle. Ich möchte auf zwei Aspekte hinweisen, die in Ionien besonders wichtig wurden. Das eine sind die Einflüsse aus den sie umgebenden Kulturen des Orients. Ionische Städte wie Milet, Ephesos oder Phokaya waren Kopfstationen für den Handelsaustausch mit den Völkern im Inneren Kleinen Asiens. Ferner beteiligten sich besonders kleinasiatische Griechen an der Errichtung von Handelsplätzen am Rande der alten Hochkulturen, etwa in Almina an der Mündung des Orontes in Syrien, in Kravizke an der Küste der Etruska in Mittelitalien oder im Nil-Delta. Dort gestattete der Pharao die Gründung des Stützpunktes Naukratis unter Führung Milets. Die Griechener hielten nicht nur Zugang zu ägyptischem Getreide und Luxusgütern im Tausch gegen Silber und Söldner. Die Händler und Krieger brachten auch neue Vorstellungen und Erfahrungen mit einer fremden Kultur zurück. So entwickelte sich ein lebhafter Austausch. Die griechischen Ritzinschriften im ägyptischen Abu Simbel einerseits und die Weihgaben des Pharaos im Hera-Heiligtum zu Samos andererseits legen davon eindringlich Zeugnis ab. Es waren vor allem die kleinen asiatischen Griechen, die sich ohne ihr eigenes dabei zu verlieren, den neuen Erfahrungen offen aussetzten und ihre Kenntnisse erweiterten in Geografie, Mathematik und Astronomie ebenso wie in Kunst und Religion. Eine herausragende Rolle spielte das kleinen asiatische Griechentum zum Zweiten für die Ausbreitung der griechischen Kultur in der Mittelmeerwelt und rund um das Schwarze Meer. Wiederum, Milet wurde zum Gründungszentrum mehrerer Dutzend neuer Siedlungen im ägäischen Norden und an den Küsten des Schwarzen Meeres. Mit dieser Siedlungsbewegung stellten sich in Vorbereitung, Organisation, Durchführungen und Folgen Anforderungen, die auf vielen Gebieten einen radikalen Wandel hervorriefen. Dadurch kam es zu einem neuen Erdbild, dazu gleich noch mehr, zur Etablierung neuer politischer Institutionen und Verfahren, zur Schöpfung neuer eigenständiger Gemeinwesen praktisch aus dem Nichts, zur Formung neuer individueller Einstellungen, zur Schärfung griechischer Eigenart im Spiegel des Fremden. Diese sogenannte große griechische Kolonisation reichte von der Krim bis nach Libyen und von Thrakien bis nach Nordostspanien. Sie wurde zum vielleicht wichtigsten Faktor für die Einsicht der Griechen, dass menschliches Zusammenleben und kulturelle Tradition nicht etwas naturwüchsig Gegebenes sind, sondern von Menschen nach eigener Einsicht und Entscheidung gestaltet werden. Beispielhaft für die neue Spannweite griechischen Lebens waren die Kolonisations- und Handelsfahrten der wagemutigen Seefahrer aus Foucaia, nördlich von Smyrna. Sie waren, wie der Historiker Herodot bemerkt, zitiere, die ersten Griechen, die weite Seefahrten unternahmen und so die Adria, Etrurien, Iberien und Tartessos, das heutige Kadis, entdeckten. Sie fuhren also bis ans westliche Ende des Mittelmeeres, ja, durch die Säulen des Heraklös hindurch, wo sie in Tartessos das begehrte walisische Zinn und spanisches Kupfer, beides braucht man zur Herstellung von Bronze, gegen Erzeugnisse des griechischen Handwerks oder orientalische Luxuswaren tauschten. Auf ihrem Weg gründeten die Foucaia eine Reihe von Tochterstätten und Stützpunkten, so Massilia, das heutige Marseille, Nizza, Allalia auf Corsica, Emporion an der Costa Brava und Elea am Tyrrhenischen Meer. Hier, in dieser neuen ionischen Stadt unter Italiens, wurde zwei Jahrzehnte später einer der großen Denker der frühgriechischen Philosophie geboren, Parmenides. Mit ihm entstand ein zweites Zentrum neben Milet und Jonien, an dem sich die Grundlagen des europäischen Denkens entwickelt haben. Die Erschließung des westlichen Mittelmeeres war auch noch in einem allgemeinen Sinne für die Griechen höchst folgenreich. Ihre Erkundung erschloss nämlich nicht nur geografisches Neuland, sondern setzte an die Stelle der bisher umlaufenden Schauergeschichten des Mythos ein deutliches Bild der Erde. Die Fucaia und andere leisteten damit auch einen wesentlichen Beitrag zur Entmythologisierung und verwandelten die irreale Szenerie der Schiffermärchen, wie sie sich noch bei Homer finden, in einen menschlicher Erfahrung zugänglichen Raum. So weitete sich innerhalb weniger Jahrzehnte der geografische Horizont beträchtlich aus, und man gewann allmählich eine immer präzisere Kenntnis der geografischen Gegebenheiten im Einzelnen. Die Reiseitinerarien der Schiffskapitäne konnten dann in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts vor Christus, abermals in Milet, in ein kohärentes Kartenbild umgesetzt werden. Sein Aussehen lässt sich zwar nicht mehr rekonstruieren, aber es ist uns bekannt über die Erdkarte des Milesias Hekataios gegen Ende des 6. Jahrhunderts, in die diese ersten Erfahrungen eingegangen sind. Die Milesia erfanden also erstmals ein grafisches Weltbild. Dazu mussten sie sich von der unmittelbaren empirischen Anschauung entfernen, um diese mithilfe einer rationalen Konstruktion zu verarbeiten. Seit dieser einschneidenden geistigen Leistung war es prinzipiell möglich, die Erde als Gesamtheit in den Blick zu nehmen. Die Griechen betrieben diese Erderforschung zwar nie aus rein wissenschaftlicher Neugier, sondern aus konkreten politisch-wirtschaftlichen Interessen. Dennoch wären ohne diese neue, rationale Einstellung zur Welt als menschlichem Lebensraum weder die späteren Weltreiche der Antike denkbar, noch die Entdeckung des Erdballs von Europa aus in der frühen Neuzeit. Mobilität in vielerlei Hinsicht, im Raum wie in der politischen Veränderung oder in der gesellschaftlichen Stellung, ist ein prägendes Signum der archaischen Epoche. Im Zuge der angesprochenen Wandlungsprozesse war es jedem Einzelnen möglich, durch individuelle Tüchtigkeit und Leistung seinen Platz in der Gesellschaft zu suchen und gegebenenfalls zu verändern. Aristokraten, wieder einfacher Mann, erfuhren tagtäglich, dass alles darauf ankam, sich in einer sich verändernden Welt zu behaupten, selbst Entscheidungen zu treffen, Erfolg oder Misserfolg selbst zu tragen. Keiner konnte sich auf angestammte Vorrechte berufen, ohne Selbstleistungen zu erbringen. Ein solches Leben in sozialer Ungebundenheit bedeutete Risiko, doch lagen in der Freiheit auch unerhörte Chancen. Man war Herr über das eigene Schicksal, als Söldner in fremden Ländern, als Bauer auf der eigenen Scholle, als Händler auf großer Fahrt, als Handwerker auf eigene Rechnung, als Sieger bei den athletischen Spielen, als Aristokrat im Streben nach Vorrang. Musik Untertitelung des ZDF, 2020